Herzlich willkommen in der Oberbergparkklinik Wiesbaden-Schlangenbad. Schön, dass Sie uns kennenlernen möchten. Wir behandeln das gesamte Spektrum seelischer Erkrankungen. Zu uns kommen Menschen aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Für unsere Patientinnen und Patienten stellen wir ein maßgeschneidertes Behandlungsangebot zusammen. Die Besonderheit unserer Therapieprogramme liegt in der individuellen Anwendung innovativer Verfahren und mit hoher Intensität. Der Therapieerfolg ist ein Teamerfolg. Einige Kollegen darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Bei unseren Psychotherapien legen wir größten Wert auf Qualität. Sei es bei der Qualifikation unserer Teams und der Durchführung der Therapien oder bei der Erfassung und Besprechung des Behandlungsfortschritts mit dem Patienten. Unser wesentliches Ziel ist die Nachhaltigkeit des Therapieerfolges. Jeder Mensch ist mit anderen Menschen verbunden. Deshalb ist die Angehörigenerarbeit bei uns ein essentieller Bestandteil der Therapie. Die gründliche körperliche Diagnostik ist Bestandteil einer leitliniengerechten Behandlung. Gelegentlich gehen psychische Beschwerden auf bislang nicht erkannte körperliche Ursachen zurück. Daher verfügen wir nicht nur über die entsprechenden medizinischen Geräte, sondern kooperieren mit einem Netzwerk aus niedergelassenen Fachärzten und Experten anderer medizinischer Fachgebiete, wie zum Beispiel dem Labor der Universitätsmedizin Mainz. Auf dem Weg zum seelischen Wohlbefinden ist die körperliche Fitness ein wichtiger Baustein. Deshalb bieten wir unseren Patientinnen und Patienten ein großes Bewegungs- und Sportangebot an. Zum einen einfach als Ausgleich zu der täglichen Arbeit an den psychischen Problemen, zum anderen Sport als Therapie zur Bearbeitung von Anspannung oder Aggressionen oder zur Angstüberwindung beim Klettern. Die therapeutischen Möglichkeiten, die das Klettern bietet, sind aber noch wesentlich vielschichtiger. Neben der Angstbewältigung können zentrale Problembereiche effektiv angegangen werden, wie zum Beispiel die Wahrnehmung der eigenen Grenzen, Körperakzeptanz oder Vertrauen in sich selbst und andere. In unserer Gesellschaft ist Achtsamkeit ein großes Thema. Was passiert mit mir? Wie nehme ich wahr? Was nehme ich wahr? Viele Menschen haben verlernt, unvoreingenommen die Welt und sich zu beobachten. In der Parkklinik trainieren wir das auf eine ganz besondere Art und Weise. Da, wo die Sprache ihre Grenzen hat, kann manchmal der Zugang zum inneren Erleben über Malen, Gestalten oder Musizieren gefunden werden. Musik spielt in unserem Haus eine wichtige Rolle. Darum veranstalten wir in unserem Kursaal regelmäßig Musikkonzerte und andere kulturelle Veranstaltungen. Uns ist es sehr wichtig, dass wir es den Patienten so leicht wie möglich machen, sich unseren Therapiekonzepten zu öffnen. Viele sagen, sie fühlen sich hier eher als Gast und weniger als Patient. Es ist schön, wenn die Patienten merken, dass sie loslassen können. Und das ist ein schönes Gefühl, dass ich Teil davon sein kann. Patientinnen und Patienten wünschen sich frische und nachhaltige Zutaten. Uns ist es wichtig, dass wir ihre Wünsche erkennen und erfüllen. Jeder kann zu uns kommen. Das direkte, ehrliche Feedback ist uns wichtig und treibt uns an, besser zu werden. Und natürlich, um unseren Beitrag zur Genesung zu leisten. Wir sind die Oberbergparkklinik Wiesbaden-Schlangenbad. Und wir alle teilen eine Überzeugung. Für jeden Menschen gibt es einen Weg in ein lebenswertes Leben. Wir sind für Sie da. Musik 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 Musik